Ich hatte meinen Fuß auf die Kabel, auf die Kabel, auf das Kabel vor meiner Maus gelegt. Deswegen konnte ich nicht mehr richtig steuern. Boah, wir haben ja schon halb zehn. Ja. Alter. Aha. So, coming car. Das ist aber auch schon ziemlich am Arsch der Welt, ne? Ja. Und dann werde ich wohl nordwärts gehen. Du kannst ja nicht mal auf mich warten oder so. Da verhungere ich. Ich muss mich weiter bewegen. Wie ist das? Schon wieder so ein Kondom. Was ist das? Orange Raincoat. Immerhin. Nimm mal mit, das ist wichtig. Oh, ne Kiwi. I need a drink. Frankenstein. Hier liegt Mary Shelley's Frankenstein. Ich will ein Auto. Oder ein Wildschwein. Ich hatte ein Wildschwein. Hör auf, mich damit aufzuziehen. Ist das da vorne ein Zombie oder ist das nur ein Baum? Das ist ein Zombie-Baum. Ein infizierter Baum. Jetzt bin ich gleich in Elektro, glaube ich. Unter normalen Umständen würde ich versuchen, dir entgegenzukommen, aber wenn ich das jetzt versuche, verhungrig. Ich bin immer noch orange, äh, gelb, hungrig und durstig. Hab ich überhaupt noch was zu fressen oder so? Nee. Nicht aufhören zu laufen, hallo. Ah, ein Apfel. Ja, besser als gar nichts, ne? Ja, das schon. Aber es ist auch nicht Fleisch und nicht Fisch. Es ist Obst. Es ist Obst im Haus. Ein Skaterhelm. Die sind auch neu. Kann ich aber auch nicht essen. Und trinken. Oder trinken. Ja, gut. Ich fühle mich Hunger. Eine Kneipe mit nichts drin. Nein, I'm Hungry kann ich toppen mit einem Extremely Hungry. Oh, ein Brunnen. Der nicht funktioniert. Der nicht funktioniert. Haben sie kaputt gepatcht. Ich bin ja auch ein Held. Ich kann ja mal in den Büschen gucken, ob ich Bären finde. Na, dann such du mal. Ich brauche einen Drink. Ich habe nicht eine Sache gefunden. Ja. Nichts. Das sind keine Bärensträucher. Wie sehen die denn aus? Groß. Groß. Ist das hier ein Bärenstrauch? Chop. Chop. Ich will nicht choppen. Chop. Chop. Ich habe etwas gefunden. Ja, du bist so ein Glücksritter. Weißt du das? Some kind of berries. Small and red. But it's impossible to tell whether they are eatable or not. Do you still remember your Boy Scout days? Red colored berries. Ne. In meiner S... Also ich würde sie essen. In meiner Situation. Ja, aber die sehen aus wie die Bären, die wir an einem... Das war so ein stacheliger Baum war das. Und da waren so rote Bären dran. Und die haben die Vögel immer gegessen. Ach ja, die. Ja. Ich glaube, die sind giftig für Menschen. Ja. Deswegen lasse ich das mal lieber. Oh, mal gucken, ob hier noch irgendwo ist das auch. Kann man da auch was machen? Chop. Oh, Chop. Na super, ich blute und ich höre schon wieder ein Zombie. Chop. Oh, ich höre auch ein Zombie. Da kam er gerannt. Jetzt versucht er durch die Wand zu kommen. Oh, da ist ein 2. Wah. Oh, ich habe hier meinen Vorschlaghammer. Wo sind die denn? Ich höre hier noch wen. Chop. Ich werde hier, glaube ich, verrecken. Aber jetzt nicht aus dem Grund, dass ich verhungern würde oder so. Nein. Zombies blockieren wir den Ausgang. Ich komme nicht raus. Nee, ne? Ich habe die im Eingang getötet und komme jetzt nicht mehr raus. Komme die anderen vorbei. Ich kann nicht über sie drüber springen. Ich werde hier sterben. Hier, in diesem Haus. Ich blute. Oder? Nee, ich blute gar nicht. Oh. Dann haue ich die Zombies eben kaputt. Oh, da kommt noch einer. Hallo. Läufst du hin? Wow. Der ist voll geslidet, der Kerl. Oh, das war doch mal präzise getötet. Ja, vielleicht kann ich mich an ihm vorbei glitschen. Ja, ich habe es geschafft. Kannst du da nicht drüber springen? Nein, ging nicht. Aber ich konnte es dran vorbei kriechen. Okay. Ich bin jetzt in den Elektro oder so. Elektro oder so. Da würde ich hier was zu Phrasen finden. So, ich versuche jetzt meine letzte Hoffnung. Nordwärts. Und dann muss ich jämmerlich verhungern. Nicht tun das. Ich wünsche es mir. Aber ich kann es nicht versprechen. Ich kann nur hoffen, dass ein Pavlovo was ist. Ich bin extrem wütend. Ich bin immer noch gelb. Weil du am rumrennen bist, ne? So sieht es aus. Zieh nochmal die Regenjacke wieder aus. Geht da rein. Oder hier Bücher. Bücher. Was liegt da? Oh. Stoß-Tun-Fisch. Oh Mann. Also ich kann dir gleich sagen, westwärts von Elektro gibt es glaube ich nichts mehr. Da habe ich alles mitgenommen, was da war. Ach ja. Du bist so ein Glückskind. Ich beneide dich überhaupt nicht. So, jetzt bin ich nur noch durstig. Ich würde dir ja gerne was abgeben, ne? Weil du musst ja weglaufen. Oh, das ist nur eine Polizeistation. Was blieb mir denn anderes übrig? Mir entgegenlaufen. Das sind meine geringsten Probleme. Ein Hochsitz. Ja, vielleicht ist da was drin. Könnte ich das? Ne. Da liegt tatsächlich was. Aber ich weiß nicht, ob es was zu essen ist. Sieht aus wie eine Mütze. Das ist eine Mütze und Handschuhe. Und Munition. Die ich natürlich nicht nutzen kann, weil ich kein Gewehr habe. Kannst du mal versuchen zu essen. Schönen Schwarzpulver reingesteckt und gefressen. Mh, mh. Da liegen die schon wieder Bücher ineinander. Schuhe. Dein Teppich. Schuhe. Ah, nicht rennen. Was liegt hier rum? Oh Mist. Gibt es hier irgendwo was zu trinken? Wells Lakes. Hm. Munition. Oh, noch ein Rucksack. Ist da vielleicht was drin? Nö. Aber. Punkt. 380 Autorounds. Nehme ich schon mit. In dem nächsten Örtchen gibt es eine Kirche. Und sonst gar nichts. Ach, ein Defibrillator. Nur eine Kirche? Ja. Ist ja süß. Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich bin hier wieder bei dem... Kannst du dich noch an den riesen Krankenhauskomplex erinnern oder was das war? Das da im Wald? Ja, genau. Ja. Da bin ich jetzt wieder. So weit war wir da drüben? Ja. Hier sind auch alle Türen offen. Ich will doch nur ein bisschen was zu fressen, ein bisschen was zu trinken. Stattdessen finde ich eine Brille. Ja, dann sterbe ich zumindest cool. Was hast du jetzt gefunden? Waffen. Ja, du kannst aber auch nicht essen. Das ist richtig. Aber ich sterbe zumindest mit Ausrüstung. Ich glaube, bloß der Nächste was davon. Oh, Rasputin Quas. Eine SKS. Eine Sporter 22. Ein Holster. Was denn... Was ist denn bei dir da los, ey? Das hier ist alles, äh, hier, ne? Ne? Ich kann doch aber von dem ganzen Zeug nichts essen, ihr Bastard. Ich hab hier was. Ich hab... Ich hab eine Armee-Dings gefunden. Ich hab Sardinen. Ah, das ist Sardinen. Ich hab Banane. Und Baked Beans. Dafür könnte ich dich jetzt erschießen, wenn ich wollte. Ich könnte mit einer Axt auf dich eintrechnen. Bis du zu mir kommst, hab ich geschossen. Ne, Zucchini. Iss es. Iss alles. Lass nix über. Ach ja. Das wird mir aber hier nicht angezeigt, ne? Das Militär-Dings. Nicht? Ne. Das ist mir aber auch ganz egal, ganz ehrlich. Aber nur noch hier. Ey, hier ist alles. Das ist so, als ob hier dreimal irgendwie der gleiche Mist gespawnt ist auf der gleichen Stelle. 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 Der gleichen Stelle. Mein Grund, Stelle. Der gleichen Stelle. ist doch klar da wird halt so ausgesprochen was ist denn hier passiert als ob hier ein fünf-leute gestript hätten oder so so ich bin nicht mehr ganz so durstig dafür hungrig immer noch ist das eine machete es ist bei sie okay aber das stimmt mich positiv was ist das kann ich das benutzen military mit den so ein helden wie sie habe ich bekommen habe ich auch gefunden aber ich habe kein militärhelm vielleicht mit dem helm in verbindung bringen könnte man ich höre schon wieder so ein facki kacki ein facki kacki ja aber zu meinem kacki was sagen ich möchte gerne etwas in rex nein 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 nein